Herr Bischof Wiesermann, herzlichen Glückwunsch. Sie sind der neue Vorsitzende der Glaubenskommission innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz. Große Aufgabe kommt auf Sie zu. Es ist so, ja. Das ist eine wichtige Aufgabe, die Glaubenskommission. Und es ist ganz wichtig, jetzt am Anfang einfach erstmal auch zu schauen, was ist auch an Vorarbeit schon geleistet worden. Da hat Kardinal Lehmann natürlich ein großes Erbe hinterlassen, aber natürlich in einer Kommission ist der Vorsitzende ja nicht alleine. Und das Wesentliche ist ja, dass man gemeinsam mit den bischöflichen Mitgliedern und den vielen Beratern und Beraterinnen, und das ist ja ein wichtiger Austausch, gemeinsam auf dem Wege ist. Und das kommt jetzt erstmal auf mich zu, mich da richtig kundig zu machen. Sie haben ja schon viele, viele Erfahrungen aus der Jugendarbeit. Sie sind als Jugendbischof viel herumgekommen und kennen die Themen, die junge Menschen antreiben. Werden das auch Themen sein, die sie einbringen möchten? Also Glaubensvertiefung ist sicherlich ein ganz wesentliches Thema, ein wichtiges Thema. Bleiben die Frage nach der Kirche. Was ist die Kirche, die in den unterschiedlichen Gestalten, da haben wir in der Jugend ja auch Ansätze gehabt, mal drüber nachzudenken, was sind die Verbände? Ekklesiologisch, also von der Kirche her gesehen, die haben ein eigenes Papier gemacht. Was sind veränderte Vereinsstrukturen? Also da mal tiefer nachzudenken, was das von der Ekklesiologie, also von der Lehre von der Kirche bedeutet. Also alle diese auch Grundprozesse, in denen wir stehen, mal theologisch tiefer zu durchleuchten. Dazu gehören sicherlich auch immer wieder bioethische Fragen zum Beispiel, die immer wieder neu aktuell sind und uns herausfordern. Dafür ist aber auch eine Unterkommission da. Bioethik, die Bischof Geppert Fürst führt. Ich habe gelesen, bei den Aufgaben gibt es auch den Punkt Stärkung des Gottesbildes, Grundfragen, auch der Sakramente. Ja, was wäre Ihnen da wichtig, um das auch zu stärken und unter die Menschen zu bringen? Also die Gottesfrage wachzuhalten und darüber miteinander mit den Theologen, die da sind, nicht nur ins Gespräch zu kommen, sondern weiterzuentwickeln. Das Wachhalten der Gottesfrage ist mitten in einer Gesellschaft, die immer säkularer wird, eine ganz eminente Herausforderung. Das hat eben auch damit zu tun, wie sprachfähig wir dafür werden können, immer wieder neu. Und deswegen sind das ganz grundlegende Fragestellungen. Ist die Frage, wie der verheiratete Geschiedene und Zulassung zu den Sakramenten ein Thema, wo Sie sagen, da möchte ich mich auch persönlich nochmal stark dafür machen? Also wir haben ja Amoris Laetitia, das ist ja das, was der Papst dazu auch gesagt hat und da werden wir sicherlich hier aber insgesamt auch in der Bischofskonferenz beraten. Und dann ist unsere Aufgabe auch, also was wir von der Glaubenskommission her dazu sagen können und das auch weiterentwickeln können, das auch zu tun. Also der Papst hat uns ja einen Auftrag auch gegeben.